Im alten Arabien wurden bis zum Auftreten des Islam viele Götter verehrt. Es gab einen Hochgott und viele lokale Götter, die angebetet wurden. Gefürchtet sind die Djinn, Dämonen, die in der Finsternis hausen. Der Hauptgott von Mekka war Hubal. Ihm zur Seite standen Al-Lat, eine Art Kriegsgöttin, die Morgenstern-Göttin Al-Usa und Al-Manad, die Schicksalsgöttin. Viele der Jenseits-Mächte waren vermutlich Nachfahren Jahrtausende alter Gottheiten, die schon im vorderen Orient verehrt wurden. Ihre Heiligtümer waren Bäume und Quellen, oft auch Steine. Von manchen heisst es, sie seien vom Himmel gefallen, wie der schwarze Stein an der Kaaba. Bei einigen Stämmen hat sich später nicht nur der islamische, sondern auch der jüdische oder christliche Glaube verbreitet. Untertitelung des ZDF, 2020